ich will mich wieder umsehen, ey, fuck weniger, daisy zocken, ehrlich. Aber alt ist gar nicht belegt, oder? Nee, aber da läuft dann hier auf Schlängelinien und so. Also, wenn ich mich umgucke, aber hier auf Schlängelinien. Wooh, ich will mich umgucken! Aber so geht's vielleicht, yeah, so geht's. Einfach weiterlaufen. 360! Was? Ich bin gerade auf die gelandet. Ähm, ähm, achso, wir müssen wieder zu dem Typen abgeben. Ähm, die Quest-Texte müssen wir nicht wirklich lesen, oder? Nee, also ich nicht. Okay, nee, ich auch nicht, weil die habe ich noch nie gelesen. Also, die Zuschauer nicht lesen wollen. Sollen sie Pause drücken? Ich halte die medizinischen Geräte am Lauf. Okay, ähm, ich nehme ein paar, so drei Medikas nehme ich mal mit für mich. Du hast, was du brauchst, also verschwinde. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand interessiert, was ich hier mache, weil ich habe ja bloß 25 Abonnenten. Ach, na klar. Ich habe mir vorher schon mal gedacht, wer will wissen, was ich für ein Scheiß-Buy-Craft habe gespielt. Aber wir müssen eigentlich, warte, das ist ja jetzt unsere Aufgabe, gibt es hier irgendwie Fest-Lock? Ah, achja, Treffen mit TK-Baha. Stimmt. Wir müssen TK-Treffen. BAM! Wollte ich auch gerade drücken. Was wolltest du drücken? Um zu gucken, was da gerade hinter mir explodiert ist und dann fiel mal rein. Ja, sag's doch. Alt geht ja wirklich nicht. Total schrecklich. Ey, da sollte man viel mehr spielen einführen, dass man sich mit irgendeiner Taste gedrückt halten und umschauen kann. Und Alt ist echt gut gelegt dafür. Warum wirst du langsamer? Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest dein Gesichtsausdruck sehen sollen. Fällt mir ein. Ich habe mein Handy neben mir, das ist glaube ich eine doofe Idee. Wenn ich aufnehme, sonst habe ich hier vielleicht irgendwelche dummen Interferenzen drin. Wir müssen mit dem Typen reden. Wo bist denn du hin? Ja. Mach du mal. Ich kann auf mich aufpassen. Ich komm schon klar, okay? Alles cool. Ich schaffe die gestohlenen Vorräte und kehre die Kay zurück. Wen hast du mir mitgebracht? Ich mitgebracht? Ja, das klang irgendwie gerade aus, wo sie uns hier mit angreifen. Gab's hier nicht mehr irgendwas? Warnung, dies ist ihre letzte Warnung. Oh, dies ist ihre letzte Warnung. Wär ich abgeschossen. Hups. Bin ich gerade aus dem Spielbrett. Ja, wir müssen die Viecher töten. Genauso. Oh, das hat weh getan. Also mit der Pistole ist das besser. Schrollflintenmuni? Noch mehr Schrollflintenmuni. Ach, verdammt. Wow. Dann schieben wir das ist tolle, wenn du den Warnung nicht hinkriegst. Oder nur die Schrollflinte. Da musst du auch nicht so genau ziehen. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Dann ist noch einer. Aber ich muss noch nachladen von meinem Snipergewehr. Ja. Verdammt. Man treffen könnte. Wenn du nicht im Weg stehen würdest, stellst du halt genau zwischen mich und den Gegner. Ja, ich bin Soldat. Ich renne immer vorne an die vorste Front. Ja, amerikanischer Soldat anscheinend. Stellst du immer zwischen Teamkameraden und Gegner. Ein amerikanischer Spiel, oder? Ich glaube, ja. Wir müssen da in die Richtung, glaube ich. Also laut meiner unten Radar-Dingsanzeige. Wir müssen hier lustige Sachen drauf sammeln. In dem Bereich. Ach, Mann. Ich bin unfähig zu Snipern, wie ich feststelle gerade. Haben wir ja beide genau die richtige Klasse gewählt. Jo. Weil da haben wir schon ein Zielever, ne? Falt einfach! Boah! Fick dich. Das Stirbhalter, meine Fresse. Nett, wie nur meine Muniz hier rumliegt. Ja. Oh, ich schieße nicht so oft. Irgendwann haben wir noch einen vergessen. Irgendwann muss hier noch einer rumliegen, auch in dem Bereich. Tap, 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 tap. Ah, hier. Kleine Medi-Ampulle. Und du bist immer noch nicht bei voller Gesundheit. Ach, ich muss überlegen. Ich habe glaube ich bei 800 Leben über 1000 Schild. Das ist ja süß, dass wir jetzt haben. Dem fehlt ein Bein. Außenwäldler. Keine Sorge wegen mir. Ich kann halt mich auf. Das nicht kommt schon klar. Alles cool. Also wenn ich mich recht erinnere. Wir müssen zurück nach Firestone. Und kauft ihre neue Ausrüstung. Dass die Leute immer quacken müssen. Dass die Skaks immer stehen bleiben müssen, wenn man es nicht haben will. Oh, nächstes Level. Größer und böse. Ach man. Du hast immer genau getötet, wo ich drauf schießen wollte. Oh, guck mal, wer da rum steht. Kopf ab. Ja, wie gesagt, umgeschnittene deutsche Version. Aber bei mir hat es irgendwas geblutet. Ja, deswegen ist es nicht die normale deutsche Release Version. Ehrlich, Mistvieh. Ich wollte gerade sagen, schaffst du es irgendwann, ihn zu töten? Oh. Ne, dir ist ein bisschen was. Wie gesagt, ich bin nicht nackt. Du bist nackt. Nicht wirklich. Das ist so ein Dreischusssniper. Die sind eigentlich ziemlich genau, eigentlich. Was für ein Genauigkeitswert hast denn du in deinem Schussdingens drin? In deinem Bewehr. Also, ich habe da bestimmt auf dem Monitor drei Zentimeter zwischen den Anzeigen. Ne, ich weiß nicht, welchen Genauigkeitswert drinsteht. Die haben auch selber einen Genauigkeitswert, die Waffen. Ach so. Ach so, stimmt. Ehh, ich habe da. Ach so. Okay, ist jetzt nicht so toll. Da habe ich schon ein besseres Kennen. Hier liegt nochmal zwei Mal Munition für dich. Ähh, Granate sollen wir kaufen, okay. Ich möchte eine Kanade kaufen Na, Kanadenbot finden wir dann schon Repeater Munition So, was ist denn hier? Äh, Vergleich Ja, die macht gleich mal ordentlich mehr Schaden Achso Wir sind wieder zu TK, um den abzuliefern Na, ich hab doch noch das eine, ach fuck War wahrscheinlich das Neues gekauft, ich hatte doch vorhin noch das Sniper, was ich am Anfang gefunden hab Dann, du hattest ja Glück, es waren gleich zwei Sniper drin Ähm, verkaufen, verkaufen, verkaufen Liefer mal die Mission ab Ja, ähm, tu das Komm her, komm her, komm her, komm her, check me out Er hat es, er hat es Jetzt hab ich noch einen Dreischuss im Sniper Ich hoffe das geht trotzdem Ich komme hinterher, ich komme, ich komme Übrigens, falls sich irgendjemand wundert, warum ich manchmal eher ein Level-Up hab als Marco Obwohl wir eigentlich von Anfang an gleich, also gleich spielen auch die XP deswegen gleich kriegen Das liegt an den Herausforderungen, die es noch gibt, so wie Öffnen wir 100 Kisten und solche Scherze, da kriegt man XP für Na, na Na Die haut rein Man muss nachladen, man sollte nicht nachgehen Joa, die haut rein Nur treffen muss man Ah Also jetzt ist es gerade ein Gegner, ein Schuss Also ein Treffer Das ist nett Vor allem die hab ich in der ersten Waffenkiste gefunden So geil Glück Muss man haben Glück Toll, und nur Munition für dich gefunden Ja, natürlich macht er in dem Moment einen Schritt zur Seite Ach Fick Schrotflinten Munition Yay Sagen wir, ich schieße eigentlich mit Pistole oder mit Schrotflinte als Zweitwaffe Tolle Warum nimmst du nicht die Schrotflinte als Zweitwaffe? Das wär cooler, weil ich habe die Pistole als Zweitwaffe Wuhuuu Den Rums hat man ja bis hierher gehört Wummm Wer zahlt das Nine-Taus auch so'n Ding abbekommt? Wuhuuu Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Ecke Hast du gar nicht rausreden lassen? Ja, es tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie oft ich den inzwischen schon gehört habe. Aber vielleicht irgendjemand da draußen noch nicht? So weit ist es nicht gespielt. Also wenn es irgendjemand hören will, spielt es selber bis dahin. Oder guckt euch irgendeinen anderen Guide an, der es halt zu Ende reden lassen hat. Hier gibt es Granaten und Munition für deine Waffen. Alles was meins wäre, ist voll. Hier gibt's Medikamente. Hier gibt's ein größeres Shield für dich. Also in viele Varianten, such dir eins aus. Willst du's Nautel krachen lassen? Ha, kauf dir einen besseren Mord, ich hab sie alle. Woran sieht man gleich nochmal, welche Manns hat? Ähm, du kannst auf E drücken, Vergleichen. Dann kannst du auswählen, dass ausgerüstet ist. So, ich hab mir jetzt mal erhöhte Sniperreife Munitionskapazität gekauft. Damit ich da nicht irgendwie in Probleme bekomme. Yay. Hier ist noch mehr Munition. Also Munition gibt's hier genug für dich. Nur da hinten war noch eine ganze Kiste davon mit Munition für dich. Ich glaub, ich bin eh voll. Da rein. Was du nicht nimmst, nimm ich dann. Ich bin voll. Okay. So. Oh, die töte ich nicht mit einem Schuss. Mit zweien. Oh. Nachladen. Treffen muss man können. Noch mehr Schrot. Ja, genau. Mehr Schrot-Munition bitte. Ehrlich? Ich hab meine voll, mir auch egal. So viel kann ich gar nicht ballern, wie hier rum lag. Ja, eben. No Scope! Hörst du jetzt eigentlich mein Telefon? Nee. Gut. Es ist günstig für die Aufnahme, dass man das Telefon nicht hört. Oh, Snipermonie. Ja. Nochmal Schrot, ey. Verarschen. Da hab ich mir in einem Hintergrund gehört. Da wird wohl gerade jemand ins Zimmer gekommen sein. Du, du, du. Juhu. Juhu. Hüpf. 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 Hüpf.